Die alten Länder der Zwerge Nun leben nur noch Goblins hier Aber vielleicht können wir bei ihnen etwas herausfinden Ja Wieder haben wir neue Truppen Und ja Das ist eine reine Goblin-Map Das heißt, wenn wir diese Truppen hier verlieren Müssen wir uns mit Goblins begnügen Dunkles Höhenloch Ja, hier gibt es auch jede Menge Gegner wieder Und wir können unsere Truppen nicht mal aufwerten Das heißt, mit den Schützen Können wir nicht gerade viel anfangen Vor allem, wenn wir sie dann verloren haben Vorwärts Oh, das hier ist... Ne, das ist eine Goblin-Stadt Ja, da kommen Goblins raus Findet das Artefakt der Zwerge Talion hat es von dem Zauberstoff der Herrschaft erzählt In einem Artefakt der Zwerge Wir sollten unsere Suche in den ehemaligen Ländern der Zwerge begehen Die jetzt den Goblins gehören Ja, wir müssen in die naheliegendste Stadt gehen Revit, dort wohnt der Goblin-Häuptling dieses Landstrichs Menschen, was habt ihr hier zu suchen? Könnt ihr nicht in eurem eigenen Reich bleiben? Eine große Gefahr schwebt über den Moor Wir suchen eine Waffe, mit der wir den schwarzen Hexer zerschmettern können Und brauchen eure Hilfe Und wie kann es sein, dass unser schwaches, hilfloses Volk den großen, starken Menschen helfen kann, wenn ich fragen darf? Einer eurer Stämme half den Kaiser vor dem drohenden Tod zu retten Und leistete den Menschen unschätzbare Dienste Euer Volk ist nicht nur mit großer Stärke, sondern auch mit Handfertigkeit und Weisheit gesegnet Nun benötigen wir eure Kenntnisse über das Schicksal eines der Artefakte der Zwerge Seit langer Zeit graben wir tief in der Erde, um das Vermächtnis der Zwerge Stück für Stück zu bergen Zu lange für uns, um euch all das zu sagen, was ihr wissen wollt Helft uns! Beweist uns, dass die Freundschaft zwischen Menschen und Goblins aus mehr als nur hohlen Worten besteht Ich bin bereit, jedes Abenteuer einzugehen, das ihr wünscht Wenn es uns in unserem Kampf gegen das Böse hilft Großartig! Eure schiere Kraft kommt uns gerade sehr gelegen Lebende Leichen sind auf dem Friedhof in der Nähe von Hasmer aufgetaucht Erlöst uns von ihrer Gegenwart und kommt zurück Ja, okay Also, Goblinstadt Wir können hier Spießgoblins zu einem schönen Preis anheuern Wir können hier Auf jeden Fall das Stahlschwert und den Kettenpanzer kaufen Ähm Was? Kein Problem Und einsammeln Auf zum Sieg Wen töten? Sind schon so gut wie da Bereit Wird erledigt So, damit können wir die schon mal ausrüsten Schon erledigt Kein Problem Wird erledigt Wen töten? Gut Vorwärts! Nur Vögel sind schneller Ich werde erstmal mit den Einheiten hier auskommen Und mir erstmal angucken, was hier drin Ein paar Zombies Gehen wir, mein Teurer Oh, viele Zombies Ja Könnte unschön werden, aber Sollte machbar sein Töten! Okay, mal hier Nehmt keine Gefangenen! Ah? Das hier Eure Befehle? Außer wenn da so viele Zombies auf einmal rauskommen Dann wird's wieder unschön Zum Angriff! Ah, wie viel Möner kostet das? Ah, trotzdem mal nehmen Wen töten? Ah? Aha So, das deckt hoffentlich Ja, das deckt sogar Sind schon so gut wie da Eure Befehle? Ja Wen töten? Gut Das ist jetzt gerade bloß ein bisschen Aha Praktisch Eure Befehle? Gehen wir, mein Teurer So, und Gold auch noch Dann gucken wir, was da oben ist Aha Wen töten? Vorwärts! Nur Vögel sind schneller Na ja, von da oben kommen wir Hier ist noch eine Höhle Und hier ist eine Höhle Die wir uns angucken können jeweils Vorwärts! Die Stadt braucht noch ein bisschen Bis wir sie Genügend Die Stadt benötigt Unterstützung Okay Gehen wir, mein Teurer Da eine Höhle zerstören Oh Nur Vögel sind schneller Hier sind auch Zombies drin Nur Vögel sind schneller Nehmt keine Gefangenen Gehen wir, mein Teurer Vorwärts! Gut Die Was dieser Was dieser Zombie für ein seltsames Tablet Bei sich trug Scheinbar existiert in der Nähe des Turms Der magischen Gilde Ein geheimer magischer Lagerraum Um seinen Inhalt anzusehen Muss man den Ruinen Einen magischen Geist erschaffen Okay Also hier Kann ich nicht von hier aus Jetzt aber Das rauswerfen Wohin gehen? Sind schon so gut wie da Einsammeln Gut 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 So Wir haben Stoffe Aha Ja Das heißt, wir gehen jetzt erst einmal zurück. Da oben ist halt noch eine Stadt. Hasmir. Die Hilfe braucht. Ich glaube, zu der gehen wir dann als nächstes. Nur Vögel sind schneller. Weil dort in der Nähe ist ja auch der Friedhof. Ja. In der Stadt ist noch nichts aufgestiegen, gell? Nein. Ja. Schon erledigt. Also ja, Zombies überall. Das ist nervig. Hier unten sind auch Zombies. Aber verdammt, viele Zombies, ey. Ja. So, das heißt, wenn ich hier... Der magische Lauberaum der Gilde wurde entdeckt. Der magische Geist hat seinen Inhalt gelehrt. Und es scheint, dass die Zeit gekommen ist, die alten Schriften zum Wohl des Kaiserreichs zu verwenden. Äh. Und das hat was jetzt gebracht? Ihre Befehle? Ressourcen. Nur Vögel sind schneller. Das heißt, wir können die Ressourcen hier verkaufen. Gold ist genug da. Ja. Und dadurch die Stadt aufwerten. Ja. Und uns dann da bessere Einheiten kaufen. Mit Schwert und Ross. Ja, das ist praktisch. Eigentlich können wir das... Genau das, was der Geist gerade hat. Jetzt können wir hier Bomber... Ja, Bomber können Bomben werfen. Brauchen Einführerschaft. Die brauchen auch eins. Und Fahrtfinder auch. Oh. Ja. 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 Vorwärts. Ja. Vorwärts. Vorwärts. Gehen wir, mein Teurer. Zum Angriff. Ah. Das heißt, ich koche mir jetzt mal einen Trupp davon. Einen Trupp davon. Und am besten noch einen Trupp hiervon. Ihr habt eine Aufgabe für mich. Keine Diskussion erforderlich. Ah. Ah. Vorwärts. So, mit den Truppen. Können wir dann erstmal die Zumbies da auseinander nehmen. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Ja, ich würde sagen, das machen wir noch. Dann gehen wir zu der Stadt hier. Vorwärts. Schützen haben die nächste Stufe erreicht. Nur Vögel sind schneller. Oh, schon mal praktisch. Uff. Ich dachte jetzt gerade schon, das Spiel hat sich aufgehängt. Gehen wir, mein Teurer. Aber hat es zum Glück nicht. Nur Vögel sind schneller. Nur Vögel sind schneller. Ja. Natürlich. Ihr habt meine Gedanken gelesen. Ich habe nicht genug Mana. Ah? Ich brauche mehr Mana. Ich habe nicht genug Mana. Okay. Okay. Also ja, man muss wirklich zugeben, diese Zombie... ...Horde hier ist ziemlich übel. Ihr habt eine Aufgabe für mich. Ja, nur Vögel sind schneller. So. Das war nicht... Das war nur... Gehen wir, mein Teurer. ...Hilwitt. Ja. Oh oh. Okay, die beiden... Mehr ja als nein. Können wir mal da reinschicken. Wohin gehen? Stadt Rilwitt hat ein Angebot. Ach so. Immer noch so diese Sachen. Ihr habt eine Aufgabe für mich? Ja. Ja, die Truppe ist vollständig. Und die Truppe ist jetzt auch wieder vollständig. Ihr habt meine Gedanken gelesen. Nur Vögel sind schneller. So, dann würde ich aber sagen, ist es mal wieder an der Zeit zu speichern. Also, Spiel speichern. Das wäre dann wieder Let's Play überschreiben. So. Und dann gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Und dann